Eine Liebe zu unserer Heimat, weil unser Herz für Rot-Weiß-Rot schlägt. Weil wir nicht wollen, dass unsere Heimat vor die Hunde geht. Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir sind und bleiben Österreicher. Und ihr seid das Phänomen, das es wirklich gemacht hat. Herr Wallbacher und Herr Dallier, noch so schreien heute da draußen. Oder auch nächste Woche vor der Hofburg. Ihr als Phänomen habt dafür Sorge getragen, dass wir überhaupt heute wieder diese Kraft darstellen. Unsere Stärke ist die positive Kraft der Liebe, weil wir für etwa stehen. Für Österreich. Für unsere Heimat. Für unser Volk. Für unsere berechtigten Interessen. Wir sind die Aufmerksamkeit, die Musik in der Ecke melden. Wir sind die Aufmerksamkeit. Wir sind die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020